Yo, was geht ab? Wir sind heute auf dem Weg zur Yami-Chris-Series. Mit Yami-Chris hatte ich ja schon mal die Secret-Pack-Challenge. Doch, Aliens. Okay. Ja, ich werde dich wahrscheinlich schnell an die Wand klatschen dürfen. Wow, okay, crazy. Alle, die es nicht gesehen haben, schalten jetzt rein. Es sind über 100 Spieler bei der Yami-Chris-Series angemeldet. Ich habe natürlich das beste Deck dabei, werden wir gleich darüber sprechen. ShlomoGF ist auch dabei, hat auch das beste Deck dabei. Und dann sehen wir uns gleich vor Ort. Die Location ist mega hübsch. Und mal gucken, wen wir da noch so alles treffen. Team Millennium, YouTube, Berühmtheit schon getroffen hier. Was geht ab? Was geht ab? Also Berühmtheit weiß ich noch nicht. Aber ja, wie geht's dir? Mir geht's fantastisch. Was hast du für ein Deck dabei? Ich habe heute Boys is Boys am Start aus Hamburg hierher gekommen, um nicht 0,7 zu gehen. Mal schauen. Ich spiele heute. Mit welchem Deck, weißt du es? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich weiß auf jeden Fall, dass du Meta spielst. Das weiß ich. Du bist nicht so in der Shlomo AW-Lore drinne. Mein Lieblings-Deck ist Pendel. Du bist auch so ein Nifska-Dude. Nicht so ein Nifska-Dude? Okay. Heute wird mit Sarg rasiert. Beste Deck gegen Ten-Pri. Was wahrscheinlich am meisten gespielt wird. Was denkst du, was wird heute das beste Deck? Mein Deck. Safe call. Ganz einfach. Ich hoffe einfach, dass ich mit dem Boardwipe, mit Sarg, das komplette Ten-Pi-Strategie shredde. Und keine Ahnung, was da noch für Decks auftauchen. Wahrscheinlich werden wir auch Snake-Eye sehen. Jubel werden wir wahrscheinlich sehen. Mal schauen. Bisschen hier Backstage bei der Yami-Chris-Serie, der VIP-Axis. Da ist der gute Herr. Wie geht's dir? Gut, gut. Also ich bin ein bisschen aufgeregt tatsächlich. Ich hoffe, dass alles klappt. Vor allem mit dem Internet, dass wir streamen können. Aber sieht schon mal ganz geil aus, muss ich bestellen. Die Location ist richtig geil. Ich nehme euch jetzt mal kurz mit. All right, ich mache mich wieder vorm Acker, ja? Ja. Ich wünsche dir viel Erfolg. Vielleicht reicht es hier. Na, mal gucken. Mal gucken. Nächste Persönlichkeit, YouTuber-Größe hier entdeckt. Was geht ab? Peace erstmal an alle Leute da draußen. Ich freue mich auf jeden Fall, hier heute bei der Yami-Chris-Series da zu sein und so viele tolle Gesichter hier zu sehen. Iman ist hier. Und das wird auf jeden Fall ein geiles Event werden. Aber wir verraten auf jeden Fall nicht, was wir spielen. Luke Hayes am Schwitzen. Aber gegen mein Tier-Zero-Deck hat er garantiert keine Chance. Du bekommst es doch echt immer gut, ne? Wir sind jetzt zehn Minuten vor dem Start. Ich habe natürlich das beste Deck des Formats mitgebracht. Pendulum habe ich jetzt schon ein paar Mal geteasert. Das ist das Boss-Monster, was heute absolut risen muss. Meine Karten in den Custom-Sleeves. Beyond the Pendulum. Link 2 ist am Start. Richtig geiles Deck. Da ist nur Spice drin. Tenpai, easy clap. Voiceless Voice, easy clap. Jubel braucht man gar nicht drüber reden. Was ist Snake-Eye? Noch nie von gehört. Was für ein Quark mit Käse. Wir gehen jetzt gleich rein in die ersten Duelle. Erste Runde gewonnen. Sarg ist einfach Best Deck gegen Voiceless Voice. Erstes Game hat er sein Board gebaut. Ich habe den Die Roll natürlich verloren. Sind wir relativ schnell rein ins zweite Game. Da habe ich einfach mein Board aufgebaut. Konnte er nichts tun. Und im Game 3 war es dann relativ spannend. Er geht first. Hatte, glaube ich, eine nicht ultra optimale Hand. Und ich hatte zwei Interruptions. Eine Ash und dann ein Nip, um das Board zu clearen. Und mit Sarg einfach durchgeratzt. Access Code gebaut für Game. Wie lief es bei dir? Lief sehr gut. Jetzt kann ich es ja auch spoilern. Also wir spielen Tenpai, aber going first. Der Spice ist da. Und wir haben den Würfel verloren. Das heißt, du musst schon Standard-Tempai spielen. Aber das funktioniert auch ganz gut, habe ich gehört. Bei mir win, habe ich gerade schon gesagt, gegen Voiceless Voice. Das heißt, wenn wir gleich gegen Team Millennium spielen, er hat keine Chance. Sarg ist das beste Deck. Ich habe es schon gesehen, vorhin, wo ich bei dir gewesen bin. Da lag eine Nummer 41 draußen. Das klingt schon ziemlich fair. Plan B. Was kann das Deck noch so? Das ist Plan A. Es ist Plan A und Plan B gleichzeitig, okay? Nee, aber Baguska ist seit dem Release einfach das bessere... Wie heißt der Archetype, was einfach nur einen Link 3 baut, was dann wie ein schlechter Baguska ist? Tribal Gate? Äh, nee, äh, Scareclaw. Ja, Baguska ist einfach seit Release der beste Scareclaw-Bot-Motra. Grüße an Ehren, ja. Grüße gehen raus. Bis gleich. Gutes Deck nicht. Game 2 haben wir leider verloren, war ein bisschen ärgerlich. Es stand 1-1. Wir sind dann ins Game 3 gekommen und mein Gegner hat 9 Minuten vom Timer runtergespielt. Das sind die Dirty Tricks, die es braucht, um Sarg zu besiegen. Ansonsten Top Deck. Ich wäre im Game gewesen und hätte ihn relativ easy geklatscht, also das wäre gar keine Frage gewesen. In meinem Kopf sind wir 2-0. Also ich war noch nie auf so einem großen Event mit solchen dreckigen Tricks. Muss man leider rechnen, aber davon lässt sich der Pant God nicht unterkriegen. Wir gehen jetzt weiter ins Game 3. Runde Nummer 3. Wir haben leider verloren, war ein schwieriges Match-Up gegen Snake Eye. Erste Runde gewinne ich. Ich glaube, ich war Second oder so. Keine Ahnung, habe halt gewonnen irgendwie. Game 2 gewinnt er. Er baut ein Board, was ich nicht breaken kann. Game 3 war relativ okay. Er hatte drei Hand Traps. Durch diese drei Hand Traps habe ich eine Appaloosa für zwei Materials gebaut. Und dann habe ich halt überlegt, ich hatte noch zwei Level 4er auf dem Board. Ist es besser, Baguska zu legen oder Dweller? Ich dachte mir in dem Moment, okay, wir haben zwei Monster Negates, dann packen wir noch kein Graveyard. Graveyard komplett offline, Dweller hingelegt. Und der hatte wirklich auf der Hand dann noch die Wanted Engine plus Snake Eye Ash. Snake Eye Ash frisst die erste Appaloosa Negate. Er macht aus der Ash Anima. Und das kann man ja direkt unter Appaloosa runtersetzen, dass dann direkt der zweite Appaloosa Negate gegangen ist. Und dann muss er nur noch durch Dweller durchspielen. Es war nicht direkt Turn 2 vorbei, es war ein kurzer Struggle. Aber mit dem Flamberge, der legt mir den Stuff in die Penscades. Was soll ich denn machen, Alter? Was soll man denn machen? Was soll man denn machen? Wenn der Gegner alles hat, dann hat er halt einfach mal alles. Aber wir gehen gleich rein in Runde 4. Aber wir gehen noch kurz zu den anderen Brays für Updates. Achso, wie liest du bei dir? Ich habe gewonnen. Puh, dann kommst du auch gleich ins Video. Wie steht mein Schlomo GF? Ich habe gewonnen. Ich steht 2-1 tatsächlich. Wer hätte das gedacht? 2-1 für Tempai Dragon. Richtig. Gegen Voiceless Voice Branded habe ich gespielt gerade. 2-0 gewonnen. Wie läuft es denn beim Herrn des Abends Luke Todes mit dem Spice des Todes? Also beim Tempai Going First Bild läuft es sehr gut. Wir werden aber nicht mehr Blind Going First geschickt. Das heißt, wenn der Gegner den Wörferwurf gewinnt und Tempai spielt, schickt er uns trotzdem Going Second, weil es sich anscheinend schon rumgesprochen hat. Also, der Clou ist vorbei. Wir gehen gleich rein in die Runde 4. Let's go. Leute, Runde 4 ist vorbei. Die Sonne kommt raus, aber für mich scheint sie leider nicht. Ich wurde gerade richtig weggeklappt von Utopia. Von Utopia einfach. Das Ding ist, das lag nicht mal, dass ich daran gemisplayt habe oder er hatte viele Handtraps oder so, sondern von den Games davor bin ich einfach so verunsichert mit den ganzen Handtraps. Ich habe eben gerade gerade in Game 2 viel zu vorsichtig gespielt und habe deswegen so um Imperm und Ash gleichzeitig herumgespielt. Habe dann im Prinzip nur noch das Setup gehabt, dass ich Sarg beschwören kann. Eine Cold Bay und eine Ash in Hand. Dachte ich, okay, muss ganz gut reichen. Nachdem er mich dann einmal gehandtrappt hat, er aktiviert Lightning Storm, nimmt meine ganze Backroar mit. Ich mache noch Sarg, ich wäre noch mal drin gewesen und wir hätten ins Game 3 gehen können. Hätte ich Sarg in Defense gesummelt, habe ich nicht gemacht, war mein Misplay. Aber der größere Misplay war einfach mein Mindset. Das ist das Ding, da muss ich dran arbeiten. Ist es auch das erste Mal auf so einem großen Event für mich? Schreib mir gerne in die Kommentare, warst du schon mal bei so einem Event? Würdest du bei sowas gerne mal mitmachen? Da seht ihr gerade, ist gerade Schlomo GF in the Background gekommen. Vielleicht hat sie gewonnen verloren, werden wir gleich erfahren. Aber ich muss an meinem Mindset arbeiten. Wir müssen einfach greedy reingehen. Imperm, Ash Blossom, Nibiru, gibt es nicht. Wir machen unsere Omni-Negades, wir machen Sarg, wir haben Handtraps on Board. Bam! Der größte Struggle, eine Tomate ungeschnitten zu essen, ohne dass es überall... Okay, Leute. Letzte Runde konnte ich nichts sagen, haben wir gewonnen. War ein schnelles Ding. Was ist denn deiner Meinung nach der unsympathischste Aktuell? Das möchte ich hier nichts sagen. Das wäre ja auch... Wen kannst du hier aus der Runde... Ach so, wir machen mal rein. Bitte, ich nehme auf, wen kannst du von den Yu-Gi-Tubern im deutschen Raum gar nicht leiden? Gar nicht leiden. Ja, der Luke echt tot ist, ne? Stellungnahme? Stellungnahme? Wir machen keine Stellungnahme, der Junge, der ist verrückt. Ihr seht, auch hier bei Yu-Gi-Oh! gibt es Dramen, wie bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Das ist... Das ist doch schlecht. Das... Also, selbst ein Kinderkartenspiel macht vor sowas nicht Halt. Das ist... Das hat Irrungen, Wirrungen, Wendungen. Das ist crazy hier heute. Das ist crazy. Jetzt eben gerade haben wir nochmal Voiceless Voice. Also, es ist super viel Voiceless Voice am Start. Gegen den haben wir leider verloren. Game 1. Die Roll verloren. Er baut sein Unbreakable Board. Game 2. Jetzt kommen die Autos. Ich hoffe, es ist okay von der Audio. Game 2. Ich baue mein Unbreakable Board. Game 3. Haben wir uns mit Hand Traps ein bisschen gegrindet. Das Ding ist, ich konnte ihn zu einem guten Moment Nibirun. Aber er hat dann noch so einen Safira Bray rausbekommen, der einen Inherent Summon negieren kann. Und er hat damit lange gewartet. Er hat das gut gemacht. Ich war dann geforst, halt nur für ein Monster zu Pensummon. Wenn ich mein Full Board Pensummon und er den Summon negiert, wandern die auch noch alle auf den Graveyard. Also, er hat das fantastisch gespielt. Game 3 dann. Ganz knappe Reno verloren. Wir stehen aktuell 2-4. Also, nicht allzu gut. Ihr seht, die Leute laufen jetzt schon rein. Ich nehme euch jetzt mit. Oder nicht mit. Wir spielen jetzt das letzte Duell. Und dann gibt es die finalen Ansagen. Macht auf jeden Fall aber super viel Spaß. Yami Chris, vielen Dank fürs Hosten. Sehr, sehr cooles Event. Okay, letzte Runde. Finales Game ist durch. Man sieht, die Sonne geht jetzt gerade unter. Für mich scheint sie jedoch. Letztes Game wurde erschend zu Asche gelegt. Wir stehen am Ende 3-4. Ist eine okay Performance, sage ich so, wie es ist. Zum Game, wie ist es gelaufen? Also, Game 1 wurde ich zweimal gehandtrappt. Ich habe aber noch das so hinbekommen, dass zumindest mein Magician auf dem Board liegt, den ich tributen kann, um Sarg zu rufen. Und halt die Trap gesearcht. Ist auch passiert. Und der Sarg Boardwipe hat ihn komplett hops genommen. Game 1. Game 2 ist er first gegangen. Ich habe ihm eine Interruption gegeben. Und dann hat er mit wenig gepasst. Er hatte dann nur einen Monster Negate. Mit der Horus Engine hat er das gespielt. Das heißt, er hatte den Nummer 90 draußen. Plus eine Handtrap. Da konnte ich durchspielen. Weil Odd Eyes Revolution Dragon, der Surge, ist nicht once per turn. Das ist ganz geil. Kostet sich dann immer nur 500 Life Points. Ist okay. Haben wir durchgespielt. Ich habe ihn zwar nicht geschafft zu OTK'n. Aber ich habe mir gemerkt, sein Board zu wipen. Das nimmt ihn komplett hops. Ich habe ihn 5000 Damage gedrückt. Oder fast 5000 Damage. Einmal mit Exceed the Panel angegriffen. Also Link 3 plus dem Tormagier 2500. Ich habe noch die Trap schön gesettet. Und habe mich eigentlich dann drauf gefreut, das Game zu gewinnen. Ich habe ihn ein bisschen kombonen lassen. Und dann abgewartet, bis so ein kritischer Moment kommt. Der kam dann. Board wurde gewiped. Gescoopt. 2-0 gewonnen. Ich habe gerade verloren gegen Branded. Aber ich habe eins für mich entschieden. Aber er hat mich halt zweimal für immer gefusioned und weggebombt. Hat er den Lock gespielt? Bei Gimmick? Ja, beim ersten. Gimmick Lock. Autschi. Okay. Resümee vom Event. Tatsächlich macht das mega viel Spaß. Mit so vielen Dudes einfach zu duellieren. Hat richtig mega gebockt. Das ist der Moment. Das ist mein Moment. Leute, ich habe richtig gut performt. Wir haben basically nie verloren. Außer unfaire Games. Und jetzt kommt die Verlosung. Die Sachen werden verlost mit einem Radfreunde. Yu-Gi-Oh! Wieder lieben Räder. So. Wir kommen jetzt. Welcher Platz war es am Ende? 61. Was? 61. 61, okay. Was warst du? 53. Ah. Okay, jetzt kommen hier die fetten Openings. 2. 2. 3. 2. 3. 2. 4. 4. Jetzt kommen noch GFs und meine PULTS. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 11. 11. 11. 12. 13. 13. 14. da ist das ding vorbei ich weiß nicht ob das jetzt hier die letzten worte sein werden wahrscheinlich deckprofil wird es bei luke todes geben ich weiß nicht ob euch die das deckprofil genau jetzt wie loks teil interessiert aber das gibt es auf jeden fall bei dem kumpel den wir hier getroffen haben auf seinem kanal ein in-depth sagt der profile für alle meine master du jünger unter euch wird es dann geben sobald es in master du rauskommt ich nehme an das ist das nächste main set mal gucken wie schnell ich hier den vlog zusammengeschnitten bekommen aber am ende steht eins fest pennt best deck letztendlich weiß gar nicht ob ich schon gesagt habe wie wir stehen 34 ist es am ende für mich ausgegangen ein loss war ja das hatte ich ja schon erzählt mit dem time ding ein utopia loss das war richtig tragisch und dann der eine loss gegen snake eye ja das hat wehgetan weil er dann alles auf der hand hatte schlomo gf hat auch ganz gut performt hat das erste mal heute mit tenpa gezockt also noch keine tenpa experience ist auch 34 gegangen hat heute viele glaube ich für dinge mitgenommen einfach die man in zukunft besser machen kann und dabei sagt da kann ich eigentlich nicht viel besser machen das war einfach nur wirklich unlucky da schmunzelt schlomo gf schon ich wünsche euch einen ganz fantastischen tag und hoffe ihr hattet hier ein bisschen spaß beim vlog joint im discord größter und bester master du das war deutschlands 1200 member oder irgendwie so sind wir schon riesen community da findest du alles und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten video